So, und bevor es jetzt gleich weiter geht über den Potsdamer Platz zum Bundesrat, von mir noch ein kleiner Hinweis, die Polizei ist da hinten beschäftigt, einzelne Leute aus der Demo rauszuziehen. Passt bitte auf euch auf, gemeinsam können wir den grünen Leuten Paroli bieten. Neben mir steht jetzt der Daniel Kuller, die aller allerwenigsten werden ihn schon wahrgenommen haben, aber das wollen wir heute ändern. Daniel ist nämlich jemand, der weiß, was er sagt und er hat eine ganze Menge zu sagen, allerdings bin ich mir fast sicher, nicht alles wird euch gefallen. Viel Spaß! Ja, hallo. Also von mir gibt es jetzt keinen Wahlaufruf und keine Wahlempfehlung. Also wenn ihr wollt, könnt ihr gerne irgendeine Partei wählen, wenn euch das Spaß macht, wenn ihr da euch irgendwas von erhofft, da kann ich euch auch ein bisschen dran hindern. Für mich ist wichtiger zu sagen, das Allerwichtigste, was man gerade tun kann, ist, sich nicht an diese Gesetze zu halten. Gesetze ändern sich üblicherweise dadurch, dass sie einfach nicht durchgesetzt werden können, dass sich Leute nicht dran halten, dass es Obstruktionen gibt. In Berlin sieht es zum Beispiel auch deswegen anders aus, weil sich hier einfach so viele Leute nicht dran halten, weil es hier in diesem Ausmaß nicht durchsetzbar ist wie anderswo. Das ist erstmal ganz wichtig. Sich nicht dran halten, sich nicht vereinzeln lassen, sich nicht irgendwie gegeneinander ausspielen lassen. Unsere Droge ist irgendwie nicht so schlimm wie die anderen. Also hinten ist das schöne Plakat von der Partei, wer Hanf sagt, muss auch Keter sagen. Also entweder das gilt für alles oder gar nicht. Es ist total wichtig, sich da nicht gegeneinander ausspielen zu lassen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sich diese konkreten Grenzen immer mal verschieben, dass es von Zeit zu Zeit mal irgendwie Änderungen in der Gesetzeslage gibt. Das hat aber mehr damit zu tun, mit Ordnungspolitik, Sicherheitspolitik, irgendwelchen Steuerfragen, irgendwo Kohle mal abgreifen können und sehr wenig damit jetzt irgendwelchen parlamentarischen Mehrheitsverschiebungen. Also davon verspreche ich mir nicht besonders viel. Das, was sich dabei auch meistens trotzdem nicht ändert, ist das Grundprinzip. Herrschaft muss Rausch kontrollieren. Das muss sie machen, sonst funktioniert sie einfach gar nicht. Also der Hauptgrund ist dafür, dass Herrschaft tatsächlich eigentlich gegen den Rausch irgendwie arbeiten muss. Leute kommen auf dumme Gedanken, die lassen sich mal durch den Kopf gehen, wie alles aussieht, wenn sie berauscht sind. Sie sind vielleicht nicht so gut benutzbar, sie sind vielleicht nicht so konform, funktionieren nicht mehr so gut für Staat und Kapital. Das ist der Grund, warum das auf jeden Fall immer in irgendeiner Form unterbunden wird, wird eingebunden wird, kaputt verwaltet wird, eingebaut wird. Und da kann man mal den nützlichen Idioten spielen und sagen, seht doch her, das und das ist ja gar nicht so schlimm, da bewegt sich ja was. An dieser Grundgeschichte ändert sich einfach davon gar nichts. Das ist total wichtig. Also ihr könnt da sicherlich irgendwas bewegen für euch, für eure Substanz, für euren Konsum vor allen Dingen auch. An dieser Grundgeschichte, dass Rausch irgendwie unter Kontrolle gehalten werden muss, wird sich dadurch nichts ändern. Also dafür ist sehr viel wichtiger, wie gesagt, sich das trotzdem rauszunehmen, den eigenen Rausch tatsächlich trotzdem zu erkunden, sich trotzdem diese Sachen zu verschaffen, die man dafür braucht und sich einfach mal an die Gesetze, so lange wie es sie gibt, nicht zu halten. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was ich zu sagen habe. Das heißt, von mir aus irgend so eine taktische Wahl machen, vielleicht ist irgendwo hier und da so ein Meter was zu bewegen, vielleicht gibt es Leute, die da halt auch unterschiedliche Sachen machen. Aber wie gesagt, auch die Dauer viel wichtiger, sich nicht vereinzeln lassen, sich zusammentun, sich auch mal Gedanken drüber machen, wo die Drogen jetzt gerade herkommen, wer da gerade betroffen ist, dass gerade Jagd auf Dealer in dieser Stadt gemacht wird, dass halt tatsächlich einfach seit Monaten eine Kampagne läuft im Görlitzer Park, auch in anderen Teilen der Stadt, wo die Polizei systematisch diese Leute jagt. Da kommt halt das Gras her, da kommt halt für ganz viele Leute die Substanz her. Es ist total wichtig, dass wir da nicht weggucken. Es ist total wichtig, dass wir uns auch auf die Selbstorganisation dieser Leute mal ein bisschen mit einsteigen. Die artikulieren sich bereits, die stellen sich am Görlitzer Park selber hin und sagen, auch wenn wir mit Rauschmitteln handeln, mit illegalen Rauschmitteln handeln, haben wir ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. Wir sind trotzdem einfach irgendwie Menschen, auch mit schwarzer Hautfarbe, auch wenn wir das tun. So, die organisieren sich bereits, die machen das schon. Es ist total wichtig, dass wir uns da auch dran beteiligen und auch mit dazustellen und hier nicht auf diese Scheißhetze gegen Dealer einfach mitmachen. Also das ist genau diese Auseinanderdividierung, von der das zum Schluss dann einfach immer profitiert und funktioniert. Also mal zusammenhalten, mal drauf gucken, wer ist alles dran beteiligt und betroffen und für alle Leute mal mitdenken, für alle Leute mal mitreden. Und im Ziel würde es mir aber mal darum gehen zu überlegen, warum das in dieser Gesellschaft so ist, also warum Herrschaft das eigentlich immer verlangt und wie es vielleicht möglich sein könnte, eine Gesellschaft einzurichten, in der das so nicht mehr läuft, in der tatsächlich jeder selber bestimmen kann, wie er seine Bedürfnisse befriedigen möchte oder wie er sich seine Wünsche erfüllen will. Diese Gesellschaftsordnung sähe aber völlig anders aus als diese. Sie müsste von den Bedürfnissen der Menschen ausgehen, davon müsste es losgehen. Die Produktion müsste tatsächlich nach den Bedürfnissen organisiert werden. Ich nenne das Kommunismus. Andere Menschen sagen befreite Gesellschaft oder klassenlose, herrschaftsfreie Weltgesellschaft. Das Grundprinzip ist, alle Menschen kriegen, was sie brauchen. Darum geht es. Das ist das eigentliche Ziel und vielleicht hilft die Rauscherkundung tatsächlich ein bisschen dabei, dem irgendwann mal näher zu kommen, die Verhältnisse wenigstens im Kopf mal zum Tanzen zu bringen und sich auch mal vorstellen können überhaupt, dass das fundamental anders ginge alles. So und keine Ahnung, für wen ich da jetzt spreche, aber mein Motto wäre, wir wollen nicht die eine Pflanze konsumieren, wir wollen die ganze Gärtnerei besetzen. Dankeschön. Dankeschön.